ja was geht es ist ja nun bis wieder hier und ja und dieser Erfolg eben würde ich mal sagen wird unser lieber Lowen's Daddy das dürfte nämlich hierbei gar nicht mehr so lange dauern so und wie ihr seht fehlt uns kräftig Strom aber wir haben nicht genug Quark also was tun und wir müssen Temporen äh nicht hierfür äh auch nicht so gut ne was machen wir jetzt das Spiel hat mich ja schon echt in einige Probleme rein führt Nahrung finden wir auch Tagesbericht nächste Bewertung äh gut ja 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 wir brauchen ja 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 du gehst jetzt mal hier arbeiten ja wir sind wieder positiv ja 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 das ja 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 da ja Lassen wir ihn doch mal zurückkommen. Oh, Level ab. Wasser, ja, auch noch ein bisschen. Nachruf fehlt. Ja, das freut der Wiede dort. Abgeschlossen schön. Dichter für mich, übrigens. Unschafft, dann scheint nicht. Ah, das hat's gilt. Komm, nochmal. Wir brauchen Strom, Leute. Kann doch nicht so schwer sein. Wie viel Strom muss ich denn noch erzeugen? Joa, gut. Du kannst mal da runter gehen und da arbeiten. Nehmen wir den Raum mal auf. Mit der mehr produziert. Wäre eventuell ja ganz sinnvoll, ne? Geh mal zu deiner Frau mal gucken. Kannst mal Pause machen. Ja, so liegt das mal. Ja. Ja. noch mal noch mal jede geschichte die so um die 30 stattfindet ist in ordnung da habt ihr eine hohe chance dass da noch irgendetwas erfolgreich kommt aber alles was drüber ist finger von lassen leute wieder aufs positive rau kaum ach willst du mich denn wissen am gebärten die alte da unten endlich Schlimmer wie die Alte bei Family Guy. Gefühltes Jahrtausend lang schwanger. Das Mist fällt mir aber kräftig. Wasser ist neuer. Wann brauchten der eine jetzt fürs Rücken heimkommen 26 Minuten? Minuten. Fällt schon wieder der erste Strom aus, weil eben halt. Der zweite Strom ist auch weg. 14 Minuten. Wir müssen. Ja, und das wird der die sehr gerne. Was ist da? Risiko ist mir zu hoch. Aber ich brauch halt Strom. Das hat wohl guckt euch an wie viel Stromräume ich hab. Ja. Ohlum alter. Spiele ist nicht mit mir. Mag mich nicht. Ja. 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 Fall curf. Ja. Hat die Dame da unten natürlich zu kämpfen. Kann ich da irgendwas geben? auch so gern her folge leuchtet zehn minuten schon und die dame hat immer noch nicht gebärt liebe freunde was nur tun was nur tun lachs mit mir ich bin jetzt da rein vermindert sich dann die zeit sollte ja eigentlich was passiert wenn ich jetzt da rein setze dann doch hier rein ja tatsache ja 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 Irgendes einen embeerlichen Charakter. Die Dame da unten könnt ihr auch mal gebären. Das haben wir ja gerade mehr als genug. Das würde ich mal hier mit hier rein. Mal gucken. Wie gesagt, das Spiel ist echt nicht mit mir. Das ist nicht so gut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.